Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns mal die Marktnews an, damit wir alle up-to-date bleiben. Was die wichtigsten Tage sind, was in der nächsten Woche noch alles für uns bevorsteht. Wie die Medien momentan mit Krypto umgehen, was da alles für Farb verbreitet wird. Und neue Ereignisse, beispielsweise wie die neuen Ledger. Gerne bis zum Ende dranbleiben, damit du nichts verpasst. Und auch gerne ein Like geben, so mit Support zu dem Kanal. Und ansonsten würde ich mal sagen, wir starten mal sofort rein in das Video nach dem Disclaimer. Ja, es bleibt ungemein spannend im Kryptomarkt. Auch wenn es tatsächlich nicht danach aussieht, weil der Kryptomarkt mal wieder kaum Reaktionen zeigt. Meiner Meinung nach ist das die Ruhe vor dem Sturm. Ich erkläre auch gleich, warum das Ganze. Denn wir sehen, hier passiert einfach unglaublich wenig. Es passiert einfach nichts im Preis. Wir sehen einen Nullanstieg, sowohl im 1-Stunden-Bereich, sowohl in den 24-Stunden-Bereich und auch in den 7-Tages-Bereich. Also das ist schon ganz lustig mit anzusehen. Wir haben ein paar Kryptos, die in der letzten Woche ganz gut durch die Decke gegangen sind. Aber worauf ich hier hinaus möchte, ja, und das tweetete auch heute der CZ Binance selber. Und zwar, dass sowas immer einen sehr, sehr guten Indikator bietet, ja, dass wir wirklich den Boden erreicht haben. Und zwar von The Economist, How Crypto Goes to Zero. Also ja, wie Krypto auf Null geht. Gut, den Beitrag habe ich für euch natürlich auch mal rausgesucht. Und dieser wurde im 23. November verfasst. Das heißt natürlich nach dem FTX-Spektakel, ja. Und assoziieren dann natürlich auch. Wenn jeder aufhören würde, Krypto zu benutzen, ja, was würde dann passieren? Ja, so würde natürlich Krypto auf Null gehen. Und so weiter, ja. So einen Artikel liest man natürlich immer gerne im Bärenmarkt. So einen Artikel publiziert man natürlich immer gerne im Bärenmarkt. Und was mir auch aufgefallen ist, ja, zu Bullrun-Zeiten, was lesen wir denn dann von solchen ganz normalen Standardartikeln? Ja, da sehen wir natürlich, ja, Bitcoin wird Gold überholen. Bitcoin steigt bis hierhin, bis dahin an, ja, grenzenlos. Es werden immer weitere, höhere Ziele angesetzt. Und das ist natürlich ganz, ganz interessant mit anzusehen. Ich denke mal, vielen ist es auch klar, warum ich das auch in diesem Video mit drin habe. Erstens, es ist ein wirklich guter Indikator für einen Boden, beziehungsweise, dass wir halt uns wirklich schon recht weit unten befinden, ja. Je größer die Angst wird, desto bullischer wird man als Investor, der wirklich weiß, wie es abgeht. Und ich muss wirklich auch dazu nochmal sagen, ich freue mich extrem, natürlich auch die Zeit hier mit euch gemeinsam zu beschreiten. Und ich freue mich auch zu wissen, wie es im Kryptomarkt abläuft. Natürlich weiß ich nicht alles, ja. Das weiß keiner. Aber einfach die Grundprinzipien zu verstehen, ja. Und nicht irgendwie ein Investor zu sein, der sich beispielsweise überhaupt nicht mit irgendwas auskennt, ja. Und dann sich vielleicht sogar auch noch durch so eine Artikel leiten lässt und vielleicht auch sogar seine Kryptos wegen so Artikeln abstößt, ja. Das wäre natürlich extrem schmerzhaft. Ja, und deswegen finde ich das natürlich sehr, sehr gut, dass man solche Manipulationsversuche, ja, auch sehr, sehr gut analysieren kann und auch verstehen kann, hey, das hat nicht viel Substanz. Aber natürlich auch, obwohl ich extrem bullisch bin, besonders long-term, was Krypto angeht, was Bitcoin angeht, ja. Muss man einfach sagen, Krypto hält sich hier auf gar keinen Fall bullisch. Das sehen wir. Wir haben hier unglaublich wenig Impulsstrukturen. Wir gehen mal wieder auf den Bitcoin. Kaum Impulsstrukturen, nichts Bullisches. Und deswegen sieht es natürlich short-term so aus, als würden wir nochmal weiter nach unten fallen. Besonders auch mit den kommenden Daten, die natürlich für viel Volatilität sorgen können, uns entweder weiter nach unten bringen können oder aber auch wieder weiter nach oben befördern können, vielleicht auch sogar über die 20.000 US-Dollar. Und da rede ich natürlich über die FOMC-Meetings und um die CPI-Daten, die nächste Woche kommen. Aber dazu kommen wir gleich. Zuvor gucken wir uns nochmal an, was im Kryptomarkt jetzt alles noch so abgeht, was es für Neuerungen gibt, ja. Und es gibt tatsächlich einen neuen Ledger. Der wurde jetzt previewed, der wurde jetzt angekündigt. Jetzt ergibt das für mich auch Sinn. Ich glaube, Ledger hat deswegen auch so viele ordentliche Aktionen gestartet. Ja, beispielsweise mit dem 30 US-Dollar in Bitcoin, die Aktion, die dann auch recht schnell ausgelaufen ist. Zum Black Friday haben sie natürlich dann nochmal 10% auf das gesamte Sortiment gegeben. Das heißt, diese gesamten Aktionen, denke ich mal, kamen natürlich auch, weil sie hier einen neuen Ledger dann rausbringen wollten. Ja, den gucken wir uns jetzt mal an. So sieht das Ding natürlich aus. Sehr, sehr modern, muss ich sagen. Es sieht interessant aus. Aber meiner Meinung nach ist ein Ledger ja extra genauso konzipiert wie ein USB-Stick, damit er einfach nicht so einfach zu hacken ist, ja. Je weniger Technologie und je weniger komplex die Technologie da drin ist, desto schwerer ist es einfach, das Ding zu hacken. Und ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich diesen Ledger auf jeden Fall cool finde, ja. Der sieht schon interessant aus. Der sieht sehr modern aus. Erinnert mich auch sehr, sehr stark an die neuen iPhones, ja. Also hier topnotch, was das gesamte Design angeht. Und besonders auch in Bezug zu den NFTs sieht das unglaublich schön aus. Gar keine Frage. Aber ich muss sagen, ich präferiere den alten Ledger einfach mehr. Weil wann benutzt man aber den Ledger? Den benutzt man nicht so oft. Den benutzt man für hier und da mal eine Transaktion. Oder wenn man Kryptos drauflädt. Aber ansonsten war es das ja. Das ist ja eine langfristige Geschichte und da sehe ich tatsächlich gar nicht so viel Nutzen, ja. Also ich bleibe dennoch bei meinem alten Ledger. Aber auch, ganz cool zu sehen, wahrscheinlich, dass sie hier auch mal was Neues wagen und was Neues probieren. Ansonsten, was sehen wir weiter im Cryptospace? Wie agieren denn die großen institutionellen Player am Markt? Und da sehen wir natürlich eine Tendenz. Sie wissen ganz genau, wann man was einkaufen soll. Sie wissen ganz genau, dass Bitcoin momentan einfach gegeben der gesamten Krise, gegeben der gesamten Marktwirtschaft natürlich auch stark, stark undervalued ist. Beziehungsweise, dass es da einen unglaublich riesigen Discount gibt und dass Bitcoin als solches auch gar nicht mehr wegzudenken ist. Da gehen wir nochmal in einem anderen Video drauf ein. Da kann ich noch unglaublich viele Storys und Geschichten dazu erzählen, was auch meine Erkenntnisse sind, dass dieser Bärenmarkt einfach was komplett anderes ist, ja. Und deswegen ist natürlich auch recht klar, die investieren natürlich vermehrt jetzt in den Bitcoin, auch in den Kryptosektor als allgemein, weil es dann natürlich extrem viel Potenzial zu holen gibt. Das sage ich auch selber immer. Ich interessiere mich momentan, muss ich wirklich sagen, kaum für die Aktien, ja. Weil ich finde, der Kryptomarkt gibt für mich sowohl von den Renditen her deutlich mehr und ich kenne mich natürlich auch im Kryptomarkt deutlich besser aus, als es jetzt in den Aktien der Fall ist. Das heißt für mich natürlich ganz klare Sache, Krypto is the way to go. Und man muss natürlich auch sagen, ja, wenn die Zeit wirklich kommen sollte, wo Krypto nochmal weiterfällt, ja. Und fast jeder Retail-Investor kein Geld mehr hat, ja, weil er sich natürlich Stück für Stück immer weiter nach unten eingekauft hat und genau in dem Zeitpunkt, wo Krypto dann wirklich nochmal fallen sollte, dann werden sich aber die Institutionellen so unglaublich die Taschen voll machen. Darauf könnt ihr auf jeden Fall einsetzen. Ansonsten gehen wir das nochmal schnell durch, ja. China stuft die NFTs als ein virtuelles Eigentum ein. Damit fallen die NFTs auch unter einen gesetzlichen Schutz. Und ja, eine Krypto, die ich natürlich mehr oder weniger auch geplant habe einzukaufen, wo ich jetzt aber momentan einfach sagen muss, hey, ich muss hier abwarten. Entweder die Krypto geht wirklich gut nochmal günstig nach unten oder ich lasse es halt einfach bleiben, ist Polygonmatic. Und Polygonmatic überrascht hier natürlich mehr oder weniger mit unglaublich vielen Partnerschaften, ja. Um es langsam nicht überraschend ist, weil sie es einfach immer und immer und immer und immer wieder machen, ja. Hier sehen wir es tatsächlich wieder. Polygon und Warner Music starten eine virtuelle Musikplattform. Und da will mir wirklich noch jemand sagen, ja, dass Krypto kein Use Case hat und das Krypto auf Null fallen wird. Ja, man sieht hier ganz genau, was die breite Masse erstmal von Krypto halten soll. Die breite Masse soll nicht jetzt investieren, sondern natürlich erst im Bullrun investieren. So sieht es nämlich aus. Und ansonsten würde ich mal sagen, wir haken jetzt nochmal ganz schnell das FED-Meeting ab, ja. Am 13. kommen die CPI-Daten. Und wenn diese nochmal weiter positiv ausfallen sollten, ja. Die Investoren gehen natürlich momentan auch davon aus, dass es für die Wirtschaft auch etwas weiter nach oben geht, ja. Der Pivot steht wahrscheinlich noch in naher Ferne, kann man sagen. Aber viele Investoren gehen davon aus, dass die Leitzinserhöhung jetzt etwas gedrosselt wird, ja. Dass wir nicht mal auf 75 Basispunkten sind, sondern vielleicht womöglich nur noch auf 50. Was heißt das? Wenn wir weiterhin 75 bekommen, kann der Markt natürlich auch erstmal wieder weiter nach unten fallen. Wenn wir 50 bekommen, bleiben wir entweder so oder, ja, steigen sogar kurzfristig bullisch etwas an. Also da haben wir auf jeden Fall mit dem darauffolgenden Tag, ja. Die CPI-Daten am 13. und das FOMC-Meeting dann am 14. einen Tag später. Da kann sich auf jeden Fall von der Volatilität her nochmal einiges entscheiden. Das wird natürlich auch den Weg weisen für den gesamten Finanzmarkt. Also ja, natürlich nicht nur für Krypto. Krypto wird natürlich sich da auch simultan mit zu bewegen. Aber ich denke mal, das ist auch ganz wichtig zu erwähnen. Und somit, ja, weisen diese zwei Tage auch uns in das Jahr 2023. Was können wir dann für das Jahr 2023 erwarten? Das bleibt unglaublich spannend. Wenn du das nicht verpassen möchtest, gerne auch ein Abo da lassen. Wir werden darüber auf jeden Fall auch sprechen. Und ich werde dich versuchen, so gut es geht natürlich auch up-to-date zu halten. Und dann würde ich sagen, wir schließen dieses Video ab mit dem Justin Sun. Und zwar meint dieser, dass der Bullrun nicht starten wird aufgrund von der US, sondern sich womöglich auch um die Chinesen drehen wird. Ja, dass es sich darum resultieren wird. Und davon hört man natürlich auch immer mehr und immer mehr. Ich bin auch gespannt, was eure Meinung dazu ist. Gerne mal auch eure Meinung in die Kommentare schreiben. Aber was auf jeden Fall klar ist, der nächste Bullrun ist gewiss. Und ich bin natürlich extrem zuversichtlich, ja, auch im Dezember weitere Tranchen zu hinterlegen. Da wird auf jeden Fall auch noch ein Video kommen. Diejenigen, die den Kanal ja auch öfter verfolgen, die müssten eigentlich wissen, welche zwei Kryptos ich mir mindestens holen werde. Und ansonsten würde ich sagen, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir ein Mehrwert geboten. Gerne auch ein Like und ein Kommentar schreiben, falls du es nicht getan hast. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video. Peace out.